Ah, grüße, yo! Besser. Princess Principle, Episode 3. Hm, sehr Beatrice-lastige Episode. Man bekommt jetzt in den ersten Episoden anscheinend vorgeführt, wie gesagt. Jetzt wird eigentlich erst einmal die Gruppe zusammengestellt. Also abgesehen von den Mädels, die man jetzt schon kannte, ein paar sind ja noch nicht dabei. Weil die erste Episode war ja merklich nur der Tonspinner. Jetzt haben wir eben die ganze, wie das Ganze eben angefangen hat. Wie es zu diesem Punkt kam. Wie gesagt, die Prinzessin will ja unbedingt drauf auf den Thron. Ihre Longzeit-Freundin Angie will ja anscheinend einfach so. Yeah, ich habe das alles vorbereitet. Am Anfang hat diese Episode zu sehen, oder zumindest erzählt, dass Angie das wirklich schon so geplant hat, dass sie gesagt hat, okay, ich weiß, wie wir uns hier alle rausbekomme. Schnell. Und sie so, nein. Ja, Prinzessin will ja auf den Thron. Wie gesagt, sie strebt das wirklich hartkorn. Und dann hat sie schon wieder das Ganze dann ausgespielt. Dass Angie wirklich so gesagt hat, okay, wenn das dein Wunsch ist, dann stelle ich mich jedem entgegen. Sogar mir selbst anscheinend. Okay, was denn ganz klar ist, ich werde jedem vernietern, der dir entgegenstellt. Und dann sage ich, okay, ist Mittelfeld voll die Terminator-Geschichte. Und dann sage ich, passt, das kann nur ein Chaos enden. Und der Einzige, der wirklich, das ist das Ganze mit einem sehr unnachgiebigen und negativen Blickfeld, ist eben Beatrice. Das kleine Mädchen, das eben wirklich ständig mit der Prinzessin zusammen ist, die ja wirklich anscheinend auch die einzige Freundschaft, die lange Zeit gewesen ist, die sie gepflegt hat. Und man bekommt auch in dieser Person mit, warum das so ist anscheinend. Beatrice wurde anscheinend von ihrem Vater, wie es auch anscheinend, für Experimente missbraucht, weil er fasziniert davon war, Menschen in Maschinen zu wandern. Er war von Maschinen besessen und hat wirklich alles Mögliche, wer weiß was, mit seiner Familie, auch anscheinend mit seiner Frau und mit seiner Tochter angestellt. Und eines davon war anscheinend, dass sie jetzt einen künstlichen Kehlkopf hat, also einen Voice, einen Stimmgenerator, der anscheinend, wenn sie sich zu sehr aufregt, den Geist aufgibt, also wie er sich verstellt und sie dann wirklich sehr so das Blechern anfängt zu klingen. Und allein schon die Tatsache, wie sie sich selbst reparieren muss, ist ein bisschen, oh, Deckel auf mit der Kombi-Zange rein, oi, wirklich okay. Ist nicht gorgig ausgesprochen, aber ist irgendwie auch so, okay. Und daher hat sie auch diese Fähigkeit, die man am Anfang der ersten Episode gesehen hat, dass sie eben Stimmen sehr gut nach dem Kombi-Papagei, das ist sehr interessant. Und der erste Auftrag, den sie jetzt eben haben, ist eben Pläne von der Royal Air Force zu klauen, um mit der Hilfe der Prinzessin, der Prinzessin, das Ganze zu infiltrieren. Wiederum wird gezeigt, dass Angie wiederum so ein wirkliches Verwandlungschen ist und vor allem Beatrice bringt es immer wieder auf, so, warum schaust du genau so aus? Und Angie ist eben dieser Charakter, der wirklich niemals die Wahrheit sagen kann. Bis man eben dahinter kommt, wie es funktioniert und dann ist es eigentlich relativ einfach zu verstehen, dass immer das genaue Gegenteil sagt, was sie eigentlich meint. Relativ interessant, aber jetzt wird es ein bisschen, ich hoffe, sie lernen es nicht zu sehr aus. In der ersten Episode kam es wirklich dramatisch und wirklich brutal rüber. Jetzt ist es schon wirklich ein bisschen fast schon, es wird schon etwas dröge, nennen wir es einfach so. Und die ganze Episode ist eben wirklich dieses Ganze, Angie und Beatrice alleine auf einem Luftschiff, das sie infiltrieren für diese Pläne, wo diverse Sachen schief gehen. Wie gesagt, wer Beatrice nicht glaubt, dass diese Leute, mit denen sich die Prinzessin abgibt, einen positiven Eindruck drauf machen oder vertrauenswürdig sind. Wie gesagt, sie sind eben Spione, die extra dafür da sind, das Königreich zu infiltrieren oder eben die ganze, ganze, ganze Umgebung. Und wie gesagt, sie ist eben auf dieser negative Einstellung hängen geblieben. Verständlicherweise und auch wahrscheinlich nicht, aber zu Unrecht wahrscheinlich. Ich sage es so, diese Serie ist auf jeden Fall so geschrieben, dass da mehrere Leute noch sterben werden, auch von der Hauptcast. Okay, uiuiuiuiui. Dorothy scheint auch außerdem noch dieser typische Q-Faktor zu sein. Sie baut anscheinend auch Waffen, wo man gleich mal über die typische Bond war für einen Füllfehlerhalter. Mädels unterhalten sich da, Prinzessin nimmt eine Füllfehler, spielt daran rum und jagt eine Büste, ungefähr so weit weg von den Köpfen der anderen. So geht's, uiuiui. das hätte auch tierisch in die Nüsse gehen können. Aber wie gesagt, Beatrice ist am Anfang nicht wirklich angetan von der ganzen Geschichte. Aber sie, im Laufe dieser Episode, wie gesagt, es geht sehr, sehr viel schief. Wie sollte es auch anders sein? Kommt sie zumindest, was Angie angeht, ein bisschen näher an das Ganze ran und ist zunächst teilweise okay damit. Ich glaube nicht, dass sie ihren Zweifel an den Leuten wirklich abgelegt hat, was sie auch nicht sollte wahrscheinlich. Aber es ist gut drüber gespielt. Es ist sehr schöne Actionanlagen, da bekommst du ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, vor allem die Designs und so weiter. Aber ja, im Grunde hat sie recht geradlinig, recht vorwärts. Du weißt, wo das Ganze hingehen wird über kurz oder lang. Es ist mehr oder weniger nur eine Einführung, zum Beispiel eben, was Beatrice für eine Figur ist und was sie eigentlich ist. Vor allem das Ganze mit ihrer Stimme zum Beispiel. The Face für das 18 hier. Aber in diesem Sinne muss ich sagen, ja, Princess Principle simplere, aufgebautere Episode, wird wahrscheinlich etwas schräger werden über die Zeit, aber Okay. Design-technisch, vor allem als Arzt, lassen sie es ein bisschen schleifen. Es sind ein paar Hakel drin, aber nichts Dramatisches. Wie gesagt, die Designs sind okay. Und halt eben bei einigen sehen wir und sagen, okay, weil die Art direkt ist schon ein bisschen wow, das schaut ja sehr spammig aus. Aber noch nichts im dramatischen Sinne. Aber in dem Sinn, ja, war eine gute Episode. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich weiß, etwas kürzer dieses Mal, aber es gibt nicht wirklich viel zu sagen, ohne dass ich wirklich jeden Einzelnen, zehn Einzelnen auftrösel. Und das, glaube ich, will keiner hören. In dem Sinn, ciao, bis zum nächsten Video. Einhäven noch, glaube ich, ja, einhäven noch.